Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Bound by Flame. Wir sind in einem Ort, der heißt die Kanalisation. Wir sind hier runtergestürzt, wegen dieser blöden Konkubine. Und da leuchtet was. Oh. Oh. Hey, komm zurück. Komm zurück. Oh. Ich weiß nicht genau was er vorhat, aber ich werde mal versuchen das zu machen. Sieht ein bisschen komisch, als wäre er die Arme in die Luft hält. Hey, hier bin ich. Was, der heilt sich? Wirklich? Darf ich mich da gerade vergucken? Hat ihm auf jeden Fall nicht viel genützt. Hey, Skelette. Yay. Habe ich schon gefragt, wenn ihr mal auftaucht. Ich würde das gerne plündern, wenn es geht, aber... Das wird die Feinde wahrscheinlich zu nah, oder? Ah ne, ich muss die Waffen wegstecken. Ne, die Feinde sind zu nah. Wir langen in die Domäne von Schwarzfrost. Wir sind doch schon in der Nähe von ihm. Wir machen diese Leichenberge irgendwie... Wir machen mich irgendwie nervös. Weiß auch nicht, warum. Oh, das sind so viele Skelette. So viele Wundtote. So viel Loot. Ich will jetzt aber auch nicht wirklich zu weit vorlaufen, weil ich nicht weiß, was da noch alles so auf mich wartet. Das ist ja mal alles weggesnackt. Ist da noch einer? Ne. So, jetzt muss ich jetzt mal das ganze... Den ganzen Plunder hier aufsammeln. Jetzt liegt da wirklich überall was. Und das war jetzt eine spaßige Passage. Das muss ich schon sagen. Ah, das meiste von dem Leichenhaufen ist zwar 2D, aber die Illusion ist ganz nett. Tja. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles. Ich brach das Zeug. Ähm. Ja. Craften. Wo war jetzt das wieder? Hier. Das reicht nur für 2 Heiltränke. Das ist schon irgendwie immer ein bisschen mager, wenn ich ehrlich bin. Die Kanalisation Stufe 20. Ich bin zwar Stufe 20, aber das kommt mir irgendwie so klein vor. Vom... Vom Wert her, ja. Ich meine, Stufe 20 steht in Relation zu was? Aber... Dieses Ort schwebt von Tod. Dieses Ort sieht wie ein älteren Elfen-Sieger. Aber wenn wir wirklich schon im Endgame sind, kommen wir Stufe 20 doch ein bisschen klein vor. Das wollte ich sagen. Sucherhelm. Ah, ich kann leider keine Helme tragen, wegen Hörner und so. Das ist schon wieder ein Knochenhaufen. Das ist schon wieder ein Knochenhaufen. Ja. Let's try this way. Ja, genau. Wir gehen einfach mal in die Richtung. Boah, da fliegen eine ganze Zeit Leichenteile runter. Ich frage mich nur, wer das runterwirft. Oh. Ich spiele so ein komisches Ding. Ah, der Fernkämpfer. Ah, es ist so dunkel. Nicht schlagen, nicht schlagen. Nicht schlagen. Ah, Mist. Falscher Knopf. Man kann es immer wieder wunderbar sehen, aber den NPCs sind zwar ganz nett, dass sie dabei sind, aber sie sind eigentlich relativ nutzlos. Also, was die Schaden kassieren. Die weichen ja auch nicht aus, gar nichts. Haben jetzt aber auch keine Spezialeffekte, dass man sagen würde, hey, ich nehme ihn mit, weil er ist, keine Ahnung. Habt ihr Spezialfähigkeit, die die Magierin nicht hat oder sowas. Ich meine, jeder hat zwar so ein Skill wie, äh, Heilung oder sowas, aber... Mit welcher Leiche? Die sehen alle komisch aus. Irgendwann, das stimmt nicht mit dieser Leiche, ja. Sie wandeln vielleicht wieder. Auf Erden, vielleicht ist das das Problem. Ne? Sachen, die nicht sein müssten. Oder auch nicht sein sollten. Wie schön, dass er mit dem Falschen ins Visier nimmt, wenn ich auf Loch an drücke. Das ist schon irgendwie interessant. Wie schön, dass er mit dem Falschen ist. Bei Weitem nicht mehr so schwer, wie am Anfang rumspiel. Muss ich schon mal sagen. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich mich an das Kampfsystem gewohnt hab. Das ist vielleicht die einfachste Erklärung. So, immer weiter geht keine Station hinab. Oder wieder hinauf, so wie es aussieht. Geht's denn da noch hin? Da ist noch ein großer Raum vor uns. Gibt's bestimmt Schätze und sowas. Ah, da seh ich schon wieder was laufen, wenn irgendwas untot ist. Staxen hier doch die... ...Dunkelheit. Wah! ...Fernkämpfer, ja? Sowas seh ich überhaupt nicht gern. Der größer ist, die anderen. Die sehen irgendwie total lustig, aber auch irgendwie total cool aus vom Design. Ich mein's auch nicht. Was? Jetzt war der wieder volle Lebensenergie? Why? Au, der kann eine Explosion. Das ist so fies. Das ist ein fieser Gegner. Wenn du den nicht schnell genug erlegst, dann regeneriert er sich. Oh, ne unscheinbare Truhe. Was immer da jetzt auch drin war, wenn der Scrolltext rechts mal so weit wär. Sabalzahn. Ah, wie das aussieht hier so. Die ganzen Untoten. Die ganzen Leichen. Du kannst sogar die Fliegen hören im Hintergrund. Ah! Ekelhaft. Ich glaube, es ist intelligent, wenn ich hier wieder... ...verdufte. Eisherzen. Uh! Zwei Doppelkling. Jetzt aber. Das Spiel wird großzügig. Da bin ich gar nicht gewohnt. Äh. Oh mein Gott, die sind sogar noch besser. Mit zwölf. Muss ich zwar wieder ein bisschen was craften, aber... Auf jeden Fall wieder Störfähigkeit. Das ist das Beste, was man machen kann im Spiel. Störfähigkeit. Einfach Störfähigkeit. Wobei der Dorn immer noch besser war von... Störfähigkeit. Da waren es 15, sind es 13. Und der Schadenswert ist halt einiges höher, ne? Äh. Was für Stirnbänder oder sowas. Das wäre vielleicht nur was gewesen, was ziemlich cool gewesen wäre. Hätte zumindest Sinn gemacht, dass man dann die Helme so baut, dass man sie auch tragen kann. Für... Leute mit Hörnchen, ja? Für diese kleine Minderheit in der Welt. Aber gut, es ist halt etwas, mit dem muss man leben. Hallo? Oh, Skelette. Oh, wer lebt da noch? Naja, sofern ein Skelett halt leben kann, ne? Hau. Ist auch ein bisschen blöd von der Störung her, dass er sich den letzten Befehl ab und zu sogar mal merkt. Ja, dass du, wenn du auch überhaupt nichts drückst, dass das letzte Kommando noch irgendwie durchgeht. Macht die Sache unnötig kompliziert und führt öfter mal zum Tod, wenn du etwas machst, was du gar nicht machen willst. Aber naja. Oder so einer mit Doppelschild. Ja, ja. Weil ich mag ich halt überhaupt nicht. Aber das ist wieder mal der Beweis, wenn du genug Störfähigkeit hast, brauchst du nur immer einen Button spammen und es passiert dir nichts. Das ist super. Ich habe das Kampfsystem kaputt gemacht, ja? Da bin ich stolz drauf. Weil da kann ich wenigstens sagen, hey, das habe ich gemacht, ja? Bin da ganz allein draufgekommen. Bin da ganz allein draufgekommen. Nur Y-Spammen im Kampf. Passt schon. Der normale Angriff ist dann somit nutzlos. Zum größten Teil. So, gehst du jetzt in die nächste. Oh, Hallöchen. Die hätte ich jetzt beinahe übersehen. Jägerin. Jetzt gibt es die ganzen Waffen auf einmal. Jägerin. Vergiftung, komm. Jawohl. Jetzt gibt es das ganze coole Zeug. Ich sehe es schon. Ach, jetzt finden wir eine Etage höher. Ups, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt er gleich wieder. Da war es dann aber schon zu spät, irgendwie. Ah, die Feuerzahme zieht ordentlich was ab. Ich finde das so gut, Leute. Das ist ja dermaßen gut. Warum darf ich da nicht durch? Ich will da aber durch. Ich will den jetzt tot machen und da durchgehen. Ja, da, der kann gar nichts. Der geht sowas von down. Sag ich doch, dass er down geht. Ist doch irgendwo was versteckt, oder? Ja, natürlich. Es war so klar, dass da was liegt. Offiziershandschuhe. Ich mache die Quest nicht, um das Land zu retten, sondern um neue Ausrüstung zu bekommen. Ja, das ist der einzige Grund. Ja, super, die sind schlechter. Die sind schlechter. Was soll denn das? Ne, will ich nicht. Weil das auch ziemlich eklig ist, wenn du einem Toten, der das seit Ewigkeiten im Haufen liegt, und schon verrottet, regelrecht, ja? Der wo schon stinkt, wo die Hautpartien, falls noch mehr vorhanden sind, an der Rüstung kleben. Ziehst du ihn aus und ziehst du es selber an. Ja, wie ekelhaft ist denn das, bitte? Na ja, da klebt noch ein paar Überreste, ja? Ein paar Hautfetzen. Oh mein Gott, was kommt da ins Bild? Das sah jetzt größer aus, als es wirklich war. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. So habe ich jetzt richtig geschrocken. Wie schön man die stackern kann. Und Bams. Wunderbar. Jetzt hänge ich da ein bisschen in den Berg hin, aber das macht nichts. Ich dachte, das wird eine Herausforderung und in Wirklichkeit, so einfach hier durchzukommen, ja? Auch ein bisschen scheitert, als wir nur einen Moloch gesehen haben. Das war am Anfang vom Spiel. Wo sehen wir denn jetzt? Oh je. Nochmal ein Rundgang, ja? Dolche und dann Flammenspell drauf. Das ist so OP teilweise. Aber das macht es auch schon wieder richtig cool. Ähm, ja. Das sind jetzt alles Kommandos, die habe ich gar nicht wirklich ausgeführt, wenn ich hier nicht bin. Ich glaube, ich habe eigentlich schon die ganze Zeit wie vor eine Flammenwaffe zu zaubern, aber das wollte er dann auch nicht. Ah, nicht so einer. Oh, und auch nicht so einer. Gefällt mir gar nicht, wenn da ein Fährkämpfer dabei ist. Wie wenig ich den normalen Soldaten abziehe, das ist der Hammer. Aber ich weiß auch nicht, warum. Den größeren Gegnern, da mache ich platt mir nochmal was. Oder spezielle Gegner oder sowas. Aber den kleinen hier, kann ich mir ewig drauf dreschen. Bisschen seltsam irgendwie. Au! Geht's noch? Hau mir einfach ins Gesicht. Ja, Feuerball in the face. Du hast gar nicht so Ruhschweine. So, das nehme ich mit. Das fasst nehme ich auch noch mit. Da ist bestimmt was drin. Ne, nur Stahl und Leder. Aber hier kommen bestimmt Abra. Ja, Crafting war jetzt nicht so ein großer Faktor im Spiel, ne? Außer diese kleinen Ornamente jeweils für die Waffen. Oha, was kommt denn da alles? So, du stirbst als erstes. Du schießt auf die. Ich laufe hier rein, weil ich bin blöd. So, da muss ich mal den ganzen Sprengfallen verhauen hier. Drei Stück hätte ich noch. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Das ist mein Kumpan natürlich tot. Aua. Die Sprengfalle war jetzt hilfreich. Uah. Au. Wie der halt nicht down geht. Nicht mal mit Spelze. Komm, das ist doch ekelhaft. Naja. Hast du keine Chance mehr. Wenn du die Gegner irgendwann in der falschen Reihenfolge versuchst zu töten, dann hast du keine Chance mehr. Das kannst du sowas von knicken. Ah. Leute, 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 Leute. Leute. Hätte ich den Großen nicht gleich gepullt? Wobei, glaube ich, kann man automatisch, oder? Ne, der kommt nicht automatisch. Ich wollte gerade fragen, warum geht meine Sprengfalle nicht hoch? Mache ich davon hinten mehr Schaden, obwohl da ein Schild mit drauf ist? Wirklich? Das ergibt keinen Sinn. Ich mache brutals wenig Schaden, wenn ich auf sein Schild schlage. Das kann ich ja verstehen. Aber er hat hinten auch ein Schild drauf. Deswegen macht mich das gerade ein bisschen konfus, aber das ergibt keinen Sinn. Falls es jetzt eine Attacke war, die hat keinen Schaden verursacht an mir. Wie krass unterschiedlich die ganzen Kämpfe ausgehen, wenn du dann ein bisschen mit hier dran gehst, ja? Das ist schon cool. So, da gibt es noch was zum Plündern. Hier ist noch eine unscheinbare Truhe. Was ist da drin? Zeige es mir bitte. Anspiel, Gold, Stahl, Leder und ein Heiltrank. All das, was ich schon immer wollte. In das provisorische Lager gehen. Wo zum Teufel sind wir? Das wäre mal interessant zu wissen. Ah, die kleine Situation war schon widerlich. Ah, hier sind wir. Wo immer das ist. Ja, keine Ahnung. Vulkan. Ich wusste, dass du uns findest. Du kannst es separieren? Wo sind die anderen? Ah, gut. Die Atacke von diesem Konkubin hat uns mit einer Überraschung. Der Gruppe wurde verbrechtet und, införsend, nicht alle, hat es geschafft geschafft. Wir haben die Kampen und haben ein paar Rechnung. Was hast du heraus? Nicht sehr viel für den Moment. Diese Umgebung ist besonders furchtig. Es gibt eine kraftvolle, kraftvolle Magik überall. Es scheint uns zu stärken und uns zu stärken. Insofern, Mathras scheint zu erzeugen in dieser schwierigen Atmosphäre. Er hat sich für unseren Scout gearbeitet. Ich fühle mich etwas ungewöhnlich in der Luft. Dieser Feld der Korruption könnte uns zu schlafen. Ich kann es auch fühlen. Es ist nicht das schönste Gefühl, das ich schon hatte. Aber ich glaube, es wird uns nicht zu schlafen. Es wird uns nicht zu schlafen. Sprich für dich selbst. Mein Kopf fühlt sich wie ein Anvil. Und das ist ohne mich zu hören, dass ich nichts sagen darf. Wenn ich weiterhin gegen diese schlafen, dann gibt es eine gute Chance, dass ich dich zu schlafen werde. Ich verstehe. Los geht's und Mathras finden. Ich hätte vielleicht etwas für Sie gefunden. Alles klar. Findet den Eingang zum Palast von Schwarzfrost. Ja, das hört sich doch schon wie Endgame an, oder liebe Leute? Auf jeden Fall, wie es weitergeht. Das waren wir in der nächsten Folge von Bound by Flame. Ich hoffe, es ist ja wieder mit dabei. Und ich sage wie immer, stay tuned and so long.